Liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu einem neuen Ankündigungsvideo auf meinem Kanal. Zusammen mit mir, ich bin Felix der Weise. Es ist soweit, Entwickler Dovetail Games hat eine neue deutsche Strecke für TrainSimWirte 2020 angekündigt. Dabei handelt es sich um das Projekt Rhein-Ruhr-Osten. Und bei diesem Projekt handelt es sich um die Strecke von Hagen Hauptbahnhof nach Wuppertal-Steinbeek. Diese Strecke ist ca. 30 km lang und führt von Hagen Hauptbahnhof über Hagen Haspe und in Nebetal nach Wuppertal. Zusätzlich soll auch der Verlauf der S-Bahn Strecke S8 enthalten sein. Dieser führt von Hagen über Gevesberg nach Wuppertal. Die Fahrt mit der S-Bahn auf dieser Strecke dauert laut offiziellem Fahrplan von Hagen nach Wuppertal 35 Minuten. Die Fahrt mit dem Regionalexpress RE4 dauert laut offiziellen Angaben 24 Minuten und eine Fahrt mit dem Intercity 14 Minuten. Mit dem DLC Hagen Wuppertal wird es auch ein neues Fahrzeug geben. Dabei handelt es sich um die DB Baureihe 422. Das ist ein vierteiliger Elektro-Triebwagen, welcher auf der S-Bahnlinie S8 zwischen Hagen Hauptbahnhof und Wuppertal-Steinbeek zum Einsatz kommt. Zusätzlich wird es noch eine DB Baureihe 185.5 in Lackierung von MRCE geben. Und außerdem gibt es auch noch neue Containerwagen für den Güterverkehr. Und das ist noch nicht alles. Wenn ihr zusätzlich die DLCs Main-Spessart-Bahn, Ruhrsieg Nord, DB Baureihe 182 oder DB Baureihe 155 besitzt, so soll es auch möglich sein, die Fahrzeuge auch auf der Strecke Hagen-Wuppertal zu fahren. Zum Beispiel könnt ihr mit der DB Baureihe 143 oder mit der DB Baureihe 146 auch Nahverkehrszüge von Hagen nach Wuppertal fahren. Und jetzt seid ihr dran. Was ist eure Meinung zur Strecke Hagen-Wuppertal? Freut ihr euch auf diese Strecke oder hättet ihr euch vielleicht eine andere deutsche Strecke für Transomwirt 2020 gewünscht? Eure Meinung dazu bitte in die Kommentare. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen und fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder einschaltet. Bis dahin habt eine schöne Zeit. Euer Felix der Weise.